Stefan und der romantische Heiratsantrag an Anna Carina Die neuesten Nachrichten heute für diejenigen, die sich für den berühmten peruanischen Sänger Stefan und die vielseitig talentierte Sängerin Anna Carina interessieren. Stefans romantischer Valentinstagantrag an Anna Carina Sicherlich kennt jeder die mittlerweile zerrötete Beziehung zwischen Stefan und Anna Carina. In dieser Zeit wünschten sich die Menschen, die sich um die beiden kümmerten, immer das Glück von Stefan und Anna Carina. Nachdem Anna Liebesbeziehung mit Stefanie Härte nicht sehr glatt war, ließ Stefan es alle bereuen. Eine 14-jährige Liebesbeziehung führte zu einer Ehe, die sechs Jahre dauerte. Es scheint, dass Stefan und Stefanie Härte so glücklich sind, wie wir vor den Medien sehen. Aber nein, die Interessenten von Stefan und Stefanie Härte schienen den Rücken gekehrt zu haben, als beide ihre Scheidung bekannt gaben. Es gibt Bedauern, Enttäuschungen, Wut und auch Sympathie von vielen Menschen. Nun lassen wir die Vergangenheit in Frieden ruhen, bringen wir nicht ihre Lebensgeschichten zur Sprache, um sie zu behandeln und ihnen persönlichen Schmerz zuzufügen. Und das kommende Event findet zuletzt am Valentinstag statt. Ein Urlaub für verliebte Paare, die sich geliebt haben, mit liebevollen Worten, Geschenken und dem Besten. Vielleicht werden an diesem Valentinstag viele Menschen dem Objekt, auf das sie hier achten, ihr Herz ausdrücken. Nicht nur Leute, die Paare haben, Stefan hat sich auch entschieden, den bevorstehenden Valentinstag zu wählen, um zu überraschen und eine Verbindung zwischen Stefan und Anna Karina aufzubauen. Menschen wie wir haben zu diesen Zeiten normalerweise frei, Entertainer jedoch nicht. Sie müssen großartig wenig Zeit verbringen, um so viel wie möglich mit den Menschen zu verbringen, die sie lieben. Und wie wir erwartet haben, wird Stefan an diesem Tag sehr beschäftigt sein, seine Show zu leiten. Stefan verrät uns ein kleines Geheimnis. Nach Abschluss der Arbeiten wird er Anna Karina über kurz oder lang sicher überraschen. Feste Worte ließen uns was an diese Liebe reiben. Versucht Stefan also selbst, eine alte Liebe zu blicken? Vielleicht wird Stefan Anna Karina immer nur das Beste geben, damit sie sich nicht mehr einsam und antileer fühlt. Wie wird also die nächste Veranstaltung aussehen? Warten wir bis zu diesem Tag und wir Journalisten werden versuchen, hart daran zu arbeiten, die neuesten Informationen zu sammeln, um sie allen zugänglich zu machen. Es ist unglaublich, dass unser Paar nach dem, was sie vorher nicht sehen konnten, jetzt wieder glücklich zusammen ist. Sicherlich gibt es viele von Ihnen hier, die nicht glauben, dass es wahr ist. Mit dem, was wir erfahren haben, wird es bald ein Interview geben, damit unser Paar die ganze Wahrheit sagen kann. Genau wie zuvor konnte ich nicht glauben, dass sie so einfach getrennt werden konnten. In der Liebe hat jeder seine eigene Kier. Daher ist es unvermeidlich, dass es zu Streitereien kommt. Das ist ein paar Minuten, was wir sehen, dass es nicht mehr so einfach getrennt werden kann.